Stiesberg Dachtechnik aus Esslohe im Hochsauerlandkreis sucht dich oder deinen Kollegen bzw. Kollegin. Wir stellen per sofort zwei bis drei Dachdeckergesellen und Vorarbeiter ein, männlich-weiblich divers. Des Weiteren bieten wir einen Ausbildungsplatz zum Dachdecker bzw. zur Dachdeckerin ab 1. August 2023 an. Dich erwarten unter anderem ein tolles Team, abwechslungsreiche Bauvorhaben, Freizeitausgleich, Firmenwagen zur privaten Nutzung und vieles mehr. Kontaktiere uns noch heute!